So und? Siehst du was? Nein. Und das ist genau der Grund, warum wir nicht in einem eingebauten Motor filmen. Danke für eure Kommentare. Häufig geht es darum, klar, in einem ausgebauten Motor geht alles einfacher oder bei so viel Platz könnte ich das auch. Das ist richtig. Wir wissen, das ist nicht euer Werkstattalltag, den wir hier zeigen. Uns geht es aber bewusst darum, euch ganz klar im Detail zu zeigen, worauf es ankommt. So könnt ihr zum Beispiel Auflegerichtung eines Zahnriemens und die Abfolge der einzelnen Montageschritte viel besser nachvollziehen. Zahnriemens 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 Zahnriemens